Ach aber, ah, das ist ne Twitch-Funktion. Ja genau, das ist mit dem Kanalpunkt von Twitch, das ist direkt von Twitch. Also wenn man da irgendwie die Möglichkeit hätte Kanalpunkte als Score-Bot zu nehmen, wär's geil. Ja, weil ich hoffe halt, dass die das irgendwann so machen, ich hab ja den Bot selber programmiert, dass man da selber halt drauf Zugriff hat, das wär ganz cool. Weil aktuell hab ich jetzt halt die Kanalpunkte halt von Twitch und ich hatte davor halt schon so ne Werbung, das gibt's ja auch bei manchen, ne? Das ist ja optional. Und das wär halt irgendwie cooler, wenn man halt einfach nur noch eins hat. Ah, das Schweinchen ist übrigens der Killer, ne? Die kann schleichen. Was? Schwein? Oh nein. Kann ich vielleicht grad das Schwein dann gesehen? Ja, da kommt sie. Ziehen wir durch? Ja, oder? Die trifft ja immer einen. Ja, klasse. Oh, haben wir. Das werde ich wahrscheinlich... Ne, das schaffe ich noch. Pixar bringt mich immer zu dieser einen Person hin. Da dachte sie, sie wär... Oh, schade. Aber die zweite Gen geht auch noch an. Aus meiner Sicht war es so aus, als wenn sie dich getreten hat. Er tritt sich fest. Moment, ist die Falle jetzt eigentlich schon aktiviert? Weil wir haben ja entweder... Ja, jetzt ist sie aktiviert. Dann in der Nähe. Grinch schreit... Äh, ja. Da, steht da. Sie läuft direkt da am Haus entlang. Und läuft zum Jen, den wir gerade... Nein, sie läuft hinter dir her! Pass auf! Sie läuft hier hinterher! Ja, ja, ich hab's gesehen. Musst du dann helfen? Du musst kommen, Julie. Ich muss weg von ihr. Ach das, ich hol Grinch. Hast du, wir schaffen das, Julie? Nee. Hier sind wir noch hinter mir. Hier ist halt nichts, ne? Hier sind drei Reuwallen und gar nichts. Ich muss die Dinger machen. Und gar nichts. Ich muss die Dinger machen. Wöch dich nicht heilen. Nee, ich muss erst mal gucken, dass ich die Falle los wird, weil die sind schlacktiv. Okay. Und ich geh wieder zu unserem alten Gen. Oh. Daru hat Probleme. Die ist noch hinter dir drin? Ja, die ist noch hinter mir. Ah, seit Freitag gibt's die Channel Points API. Nice, okay. Ach, halt. Ach, man kann, hä, warte mal. Ach so, oh nein. Das ist aber ärgerlich mit dem Coins. Schade. Aber vielleicht kommt das dann noch. Das wär echt cool, weil dann könnte man theoretisch alles jetzt auf die Kanalpunkte rüberpacken und die Boss-Taler dann weg. Die kommen nochmal zurück. Wär sinnvoll eigentlich, wenn man nur noch eine Währung hat. Das ist auch nicht so verwirrend. Ach, ja, sie weiß. Warum weiß sie es denn? Kann ich holen? Oh, nicht. Soll ich heilen? Nee, du musst erst das Ding machen, oder? Irgendwie höre ich, heil mich mal. Ach, fuck. Sie läuft echt da lang. Ich höre mich im Keller hängen. Schicksosch neben mir. Äh, das ist nur eine Puppe. Ja, eben. Das ist es. Aber der macht doch nicht die Keller. Der spielt böse Spiele. Jolie kennst du den Trick, den du immer direkt die richtige Maschine hast? Ja, eben. Wenn du dich vorher einmal im Kreis fließt, ist das immer die richtige, oder? Ja, das ist immer ätzend. Lass mich mal kurz ran. Das ist so lange dauert. Ich mein, okay, klar, es gibt wichtigere Sachen, ne? Das wäre schon nice to have halt einfach. Zeig doch mal. Zeig doch mal. Zeig doch mal. Ja, pass auf. Sie ist hinter uns, Jolie. Nein! Du machst nur Scherze. Warum sollte ich scherzen? Es ist ein Killer, die unser Leben möchte. Ja, sehen wir. Ich kann dich direkt heilen. Kann ich mal weggehen? Medikit regelt. Sie haben mich nicht im Kreis gedreht. Ich hoffe, dass es mal noch geht. Sie sind hinter mir! Was soll ich denn jetzt tun? Komm schon, Jolie, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, echt? Die haben sogar... Ja gut, aber guck mal, dann müsste es eigentlich in Zukunft ein bisschen Züge hervorheben. Ich bin die Falle los, Jolie, weil ich mich im Kreis gedreht hab. Ganz toll. Es war das Ding, ehrlich. Ganz, ganz toll. Es ist jetzt für jeden eine Falle hier. Sie hat mich direkt einen Meter vor dem Brett erwischt. Ärgerlich. Pass auf, sie kniet in der Mitte. Ich bin auf der Suche nach euch. Ach, da ist alles schon. Okay. Oh, sie hat Pop goes the Weasel. Was ist das? Das tue ich jetzt gleich spiele. Wenn sie jemanden aufgehängt hat und dann ein Jen tritt, dann geht er in 25% wieder recht. Genau, du musst dich vor... Nein, nein, nein. Du musst dich vor einer Maschine im Kreis bringen, dann ist das die richtige Maschine. Okay. Ich mein, die Sache ist halt... Wird erledigt. Auf großen Kanälen ist die Anfrage wahrscheinlich aber echt heavy, ne? Ich mein, wie viele... Wie viele Leute die... Ja. Die Kanalpunkte dann haben und so. Jetzt wird sich zeigen, ob er recht hatte. Oh, ich bin jetzt leider dahin gerannt, wo gar nichts ist. Du denk dran, genau. Nenn Juli doch nicht gar nichts. So werde ich hier behandelt. Ähm, was meint der Kunran? Ja, ich hab noch mal gedacht, die Falle abzumachen. Aber aktuell bekommen wir eh keinen Jen hin. Es war nicht die richtige. Da hast du dich rechts oder links rum gedreht? Rechts rum wahrscheinlich. Aber falsch rum war. Ne, ne. Na, deine Klarheit. Nies mal ruhig mir die Palette gekrackt. Reaktest du dich wieder? Oh, über Handy kann man noch nicht an den Wecken mit den Kanälen treiben. Die ist übrigens links von uns, Red. Ich bin Tode geweiht, was soll ich sagen. Nein. Die Jen ist ja schon wieder komplett weg. Oh, sie ist ja schon wieder weg. Ich sammel dich echt erst auf. Ich dachte, die jagt uns jetzt weg. Aber die hat halt Popgoes zum Weasel. Die werden die Seele haben, dass wir hier sind. Ich will mich töten. Julie, das Weasel haste. Ich lenke sie dann weg, Rance, wenn sie hier reinkommt. Ne, sie kommt zu mir. Wie, warum das denn? Total dämlich. Aber ihr hätt das doch hören müssen, ey. Späti ohne Sound. Ich heil dich direkt, Julie. Danke. Sie steht auf dem Berg. Ich glaub, sie kommt zurück zu euch. Nicht safe. Ich schaff's aber noch. Ja. Vielen Dank. Jetzt muss die Falle weg. Ich glaub, ich sollte mal Todes weg machen. Ja, das piepst bei mir schon, die Falle. Ja, beeil dich. Du musst jetzt diesen... Julie, gleich was... Hey, ich hab doch unten diesen Kreis. Ja, wenn der Volle ist, dann bist du tot. Okay, ruhig. Wenn der Volle ist, hat dein letztes Dünklein geschlagen. Das ist bei 10% erst. Aber ich hör die schon wieder hinter mir. Das gibt's doch nicht mehr. Die ist bei mir, Julie. Oh Gott. Jetzt ring ich einmal nach links. Nächstes Mal rechts. Ey. Hab's dir gut gemacht. Das Schwein. Wortwörtlich. Oh Gott, es piepst jetzt näher. Weiter geht's. Das war wieder die falsche. Gib Gas. Zwei noch, Julie. Lauf. Du kannst es schaffen. Es piepst ganz schnell. Julie, ich hab dir jetzt echt viel Zeit verschafft, indem ich mich absichtlich treffen lassen. Damit du deine Falle jetzt los wirst. Bitte. Mein Julie hat da ihre Falle noch am Köpfchen. Ja, sie dreht sich immer falsch rum. Julie, sie sieht dich nicht. Sehr gut. Jetzt doch. Sie sieht dich, Julie. Julie, sie will nicht. Julie, vertrau mir. Was? Sie muss ja eigentlich gehen. Äh, er ist noch ewig Zeit. Julie, sie ist immer noch bei dir. Sie piepst sehr laut. Julie. Ich muss da dran. Wie sieht's bei Dalo aus? Ich bin da. Ja, ich bin da. Aber sie ist halt. Lass uns mal bitte weg kurz. Julie schafft das. Sie hat ja noch Adrenalin. Du blödes Schwein. Du bist, ich bin Killerhütte. Das Schwein hat sie. Sie tötet mich jetzt. Ist du ripped dann? Ja. Weiße, dann kommt sie jetzt zu uns, oder? Genau hinter uns. Ja, sie kommt. Geh mal rein, da ist unsere Palette. Wo bist du, Kunran? Ich bin an dem Ausgang. An welchem? Da muss noch ein Gen. Ne, wir müssen noch ein Gen machen. Ja. An einem Ausgang bin ich auch, Kunran. Dann bin ich an dem... Ist da ein Gen? Ja, ein fertiger. Ne, dann bin ich da nicht. Dann chill ich jetzt hier im Schrank, ne? Hast du gesehen? Ne. Geht weg von mir, warum auch immer. Ich mach einfach hier ein Nickerchen im Schlank. Das könnte zu euch kommen, wenn ihr Pech habt. Ich bin nicht chill. Ihr macht das. Du würdest zu mir kommen, weil ich den Gen verkackt habe. Achso, das kann sein. Ich bin in der Killerhütte. Ich mach Pause. Wie weit war denn dein Gen, Kunran? Ja, noch nicht weit. Okay, dann mach ich hier einfach. Sie tritt gegen meinen Gen. Warum sehe ich sie dabei nicht? Ich mein, die Sache mit den Kanalpunkten könnte halt sein, dass die... Obwohl, eigentlich werden die ja auch immer angezeigt bei den ganzen Leuten, ne? Wenn das jetzt... Man könnte es halt auch mega abusen natürlich, wenn man die immer wieder abfragt und so. Immer was hinzufügt, immer was wegnimmt oder so. Okay, ich bin ja in der Killerhütte. Zur Hälfte ungefähr. Ah, ich seh, seh. Ja, ist bei der Killerhütte. Ja, ich... Der ist halt wieder fast komplett resettet. Ja, jetzt seh ich sie dagegen treten. Hopp goes the weasel. Wo ist denn Kunran? Das ist der andere Ausgang. Ich, ich, Kunran, jetzt bin ich bei dem Ausgang, wo du sein müsstest. Seh ich noch nicht. Ja, doch. Ne, doch, ich seh nicht. Ich dachte kurz mehr Schwein. Ne, das Schwein jagt mich jetzt grad. Ja. Ja, wenn Kunran mich jetzt geheilt hat, können wir den Jens zweit machen. Und dann geht's los. Warte, du hast ja Adrenalin mit, oder? Ne, ich hab keine Adrenalin. Keine Adrenalin. Die ist auf der anderen Seite der Mapkullern. Diagonal zu uns. Okay. Jetzt muss sie doch grad mit Absicht machen. Meint, sie wollten nur Julie töten? Ich weiß es nicht, weil, also entweder spielt sie grad einfach mega schlecht, oder sie trollt halt. Immer noch selbe Ding, immer noch auf der anderen Seite diagonal der Map. Können wir sogar vielleicht schaffen. Sie wird ja wahrscheinlich zu dem hier kommen. Es ist halt die Sache, sie könnte halt gut nöt haben, weil hier sind noch drei Totems. Kommst du zu uns rüber, Grants? Kannst du? Ich versuch's, aber... Kein nöt. Kein nöt. Ausgang ist so gut wie offen, Grants. Wo bist du? Da, wo der letzte Gen anging. Am Arsch der Welt. Da, wo der letzte Gen anging. Sie tritt grad wieder gegen irgendwas gegen. Ja, ne Palette war das. Ist ziemlich weit hinter mir. Ich seh dich nicht. Ja. Grants, komm nach links zum Ausgang. Ja, warte. Wir wollen noch einen Schlag nehmen vielleicht, bevor wir auswarten. Ah ja, da ist Kun dran, nice. Den Schlag nehmen wir hier auch. Ja, kanns. Ja, mach auf. Nice. Oh, danke Kun dran. Ja, schön. Elina. Lampiger Schlachter stand da. Eieieiei. GG. Ich weiß nicht genau, was da jetzt in der Killerhütte abging, ehrlich gesagt. Ja, das gibt die Points hier. Weiß auch nicht, was mit dem Schwein abging. Achso, das ist eh ein Konsolenspieler. Das Hörstchen, ich habe einfach. Ja, es habe ich sogar gemerkt, als ich einmal um irgendwas...